Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist wieder Bastelzeit und in meinem letzten Video, was ich euch jetzt hier oben verlinke, habe ich ja mit diesem Washi Tape gebastelt. Das ist Washi Tape, was man ausmalen kann und mir gefällt meine gebastelte Box vom letzten Mal so gut, dass ich mir gedacht habe, ich probiere das Ganze mal mit einem Bilderrahmen, was ich da so gestalten könnte. Ich habe mir da jetzt hier so einen herausgesucht MTF Fotorahmen, den habe ich mal im Fennec Pfeiffer für 2 Euro gekauft. Den gibt es von der Firma Raya und den benötige ich oder je nachdem, was ihr jetzt gestalten möchtet. Dann habe ich dieses breite Washi Tape mir genommen vom Action, da habe ich ja 4, 5 oder so verschiedene gekauft. Diesmal habe ich mir das ausgesucht. Ich habe jetzt nochmal das schwarze, ich weiß aber nicht, ob ich das auch benötigen werde. So, das brauche ich gleich noch. Dann habe ich wieder mein Alphabet Punchboard mir herausgesucht, weil ich wieder so einen Schriftzug machen wollte. Und da mein Bilderrahmen sich ja gewöhnlich in die Wohnung hängt, meistens zumindest, oder Büro, dachte ich mir, ich gestalte jetzt mal sowas in Schwarz, Weiß, Silber und habe mir hier das Wort Home ausgestanzt. Ich sage immer stanzt, also hier mit diesem Punchboard gepanscht. Home. So, jetzt hatte ich vor, das hier in die Mitte reinzumachen. Da die Buchstaben aber doch ziemlich groß sind, passt das leider hier nicht rein, wenn ich das hier so hinlege. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das hier oben drüber. Dafür muss das aber ein bisschen stabiler und fester werden. Gut, jetzt könnte ich hier umher machen und tun und noch Papier drunter kleben und so. Deswegen habe ich mir zusätzlich jetzt nochmal diesen Glossy Essence dazu geholt. Das ist was von der Firma Ranger. Das ist so eine Art Kleber. Das, was das Ganze dann so glänzend macht. Und ich denke mal, durch das Glänzende, wenn das dann getrocknet ist, wird das Ganze ein bisschen stabiler. Deswegen werde ich mir das jetzt hier auf die Folie machen und hoffe, dass ich das danach dann gut ablösen kann. So. Oder ich versuche dann nicht so zu, ähm, ja, drüber zu machen, damit das dann festklebt. Ihr wisst, wie ich das meine, ne? Dann habe ich mir, was brauche ich noch? Das silberfarbene Papier ausgeschnitten. Das möchte ich hier gern in die Mitte kleben als Kontrast. Und dann war es das auch schon. Das habe ich mir aus dem Teddypapier herausgemacht. Da gab es ja diese schwarzen Blöcke mal. Und da habe ich mir ein Motiv genommen, was ich jetzt nicht so besonders finde. Und dann war es das eigentlich schon. Dann habe ich mir nochmal hier so doppelseitiges Klebeband und dann dieses erhöhte, dieses Foamtape herausgeholt, damit ich die Buchstaben dann aufbringen kann. So, bevor ich hier an das Gestalten gehe, mache ich mir erstmal Platz. Und jetzt werde ich mir die Buchstaben machen. Es kann natürlich sein, dass es ein Fail wird. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich probiere es einfach mal. Und ich werde es so machen, dass ich euch, wie immer, die Produkte in die Infobox verlinke. So, jetzt fange ich an. Das darf nicht geschüttelt werden, weil es dann Bläschen schlägt. Jetzt gucke ich mal, ob ich das hier so hinbekomme. Ich zoome euch mal ein bisschen näher ran. Und das braucht dann auch ein bisschen, eh das getrocknet ist. Von daher mache ich das jetzt als erstes. Jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Oh, ist zugeklebt. Okay. Das ist schon mal schade. Ich habe das Ganze mit einer Roulade-Nadel frei bekommen. Also einfach reingestochen. Und jetzt kann ich das hier schön beschmieren. Das mache ich jetzt mit dem kompletten Wort. So, ich habe sie fertig eingeschmiert. Und ich muss sagen, das gefällt mir gerade richtig gut mit diesem Farbenspiel. Ihr seht, außen habe ich so diesen schwarzen Rand gelassen, weil ich das nicht wollte, dass das drüber läuft. Und dadurch, dass diese Masse so leicht cremig ist, wie ihr hier sehen könnt, so eine Cremefarbe hat, hat sich das Ganze verfärbt. Jetzt bin ich echt mal gespannt, wenn das getrocknet ist, wie das dann aussieht. Also im Moment gefällt mir das sehr, sehr gut. Und ja, jetzt muss ich das trocknen lassen. Ich vermute mal stark, dass das bestimmt bis morgen dauert. Mal gucken, wie schnell es funktioniert. Weil ich habe hier nicht gespart. Ich habe hier wirklich richtig schön draufgegeben. Aber dennoch seht ihr, dass ihr die Flasche, mal gucken, dass ich euch scharf bekomme. Die Flasche ist bis hier noch voll. Also wenn ich es so habe, die ist bis hier noch voll. Also es ist jetzt nicht so viel weggegangen. So, das schiebe ich mir jetzt hier rüber. Gucke, dass hier nichts dran kommt. Zum Glück hat man so einen großen Arbeitstisch. So, jetzt hole ich mir das hier. Jetzt schauen wir mal. Als allererstes hole ich mir hier hinten das erstmal raus. So, als allererstes teste ich, ob mein Papier hier reinpasst. Hat sogar noch Spielraum, aber das passt. Das ist okay. Habe ich gut gemessen. Okay. Jetzt machen wir die Scheibe hier raus. Die putze ich dann auch nochmal, bevor ich das Ganze wieder festmache. Und jetzt nehme ich das Washi-Tape und beklebe einfach den Rahmen damit. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache. Das Washi-Tape ist durchsichtig. Das heißt, wen es jetzt stört, dass hier die MDF-Platte durchguckt, der malt das entweder mit weiß an, mit weißer Acrylfarbe, mit schwarzer Acrylfarbe. Ihr könnt weißes Papier hinkleben, schwarzes Papier hinkleben. Damit ihr einfach hier unten so diesen Effekt besser habt. Ich möchte, dass jetzt diese MDF-Platte durchschimmert. Das stört mich jetzt nicht weiter. Und von daher fange ich jetzt einfach an zu kleben. Und ich habe bewusst jetzt alles rausgenommen, weil ich das dann nämlich hier so schön umbiegen kann. Und ich achte auch gleich, dass ich hier unten das komplett mit umbiegen kann. Von daher werde ich mir das jetzt so ansetzen. Obwohl, das wird nichts werden. Das wird leider nichts. Okay. Okay, also muss ich mir erstmal hier den kleinen Rand rundherum machen. Der Rand ist geklebt und jetzt kann ich hier mit meinem Ausmalwashi-Tape rangehen. Und ich mache erstmal die kurzen Seiten. So, mein Rahmen ist fertig. Schaut mal, sieht ja nicht toll aus. Ich habe mich jetzt noch dazu entschlossen, nochmal das schwarze Washi-Tape rundherum zu machen. Erstens, damit das hier hält, damit das sich nicht hochwellert. Und zweitens habe ich gedacht, das sieht doch viel schöner aus, wenn hier nochmal so ein schwarzer Rand ist. So, jetzt muss ich hier die Scheibe nochmal putzen, bevor ich die reinmache. Und jetzt nehme ich hier das silberne Papier und werde jetzt einfach mal so ein Stückchen doppelseitiges Klebeband nehmen, damit mir das Blatt Papier nicht so umherrutscht. Da bin ich auf Nummer sicher. So, ich hoffe, ich habe das jetzt hier richtig hingemacht. Ja. So, jetzt muss ich schnell meine Scheibe putzen. Oder? Ja, das sieht gut aus. So, jetzt warte ich auf meine Buchstaben. Die können wir uns jetzt mal angucken. Es ist noch nicht so lange. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich hier gebraucht habe. Vielleicht eine halbe Stunde. Ja, es ist noch. Es muss noch. So, da korrigiere ich hier noch ein bisschen. Also würde ich sagen, lege ich das jetzt zur Seite. Und mache da morgen weiter. Also ich bin echt gespannt, wie das aussieht. Aber es könnte wieder schwarz werden. Wenn man hier so mal guckt, wo es an der Seite so wieder schon trocken ist. Also ich bin echt gespannt. Das gefällt mir mega. Das würde ich jetzt auch noch vermehrt machen. Im Action oder so gibt es ja auch ganz viele günstige Bilderrahmen. Und dieses Washi-Tape ist einfach der Hammer. Wenn man dann noch Langeweile hat und Nerven dazu hat und den Buntstift und malt sich das dann noch schön bunt. Also ich finde es genial, auch mit dem Silberpapier jetzt. Und ich bin gespannt, wie sich das Home dann hier macht. So, ihr bekommt es natürlich nicht mit. Ich mache dann gleich weiter, wenn das trocken ist. Und dann schauen wir mal, wie das dann so aussieht. So, meine Guten, wir haben es zwei Tage später. Und hier, die Buchstaben sind richtig gut durchgetrocknet. Und ich muss sagen, ich bin sehr begeistert. Es gibt einen kleinen Nachteil. Und zwar, wenn man die sich jetzt so ein bisschen gerade biegen möchte, kann es sein, dass sie knicken. Einfach weil dieses, wo habe ich es? Dieses Glossy Essence oder Essence, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, sehr hart wird. Und logischerweise, ja, wenn man das dann gerade biegen möchte, so es knicken kann. Wie hier zum Beispiel. Also, was mache ich jetzt? Ich lasse die einfach so, wie die sich gewählt haben. Und werde die jetzt hier drauf bringen. Also, ursprünglich, wie erwähnt, ich weiß jetzt gar nicht, was ich vor zwei Tagen euch erzählt habe, hatte ich ja vor, das hier in die Mitte zu machen. Finde ich persönlich jetzt auch schöner, wenn ich so kleine Buchstaben gehabt hätte. Aber ich wollte euch mal zeigen, wie das Ganze dann aussieht, wenn man die mit diesen Memory Keepers macht. Und ich werde das Ganze jetzt hier so aufbringen. Habe ich mir überlegt. So. Und das so irgendwie. Und ich denke, das sieht auch recht gut aus. Ich hatte mir jetzt überlegt, nochmal die Buchstaben auszuschneiden in diesem Silberpapier und das so ein bisschen versetzt zu setzen. Sieht vielleicht auch gut aus, aber ich möchte das Video jetzt nicht noch länger in die Länge treiben. Von daher mache ich mir das jetzt hier so fest. Oder ich hätte es auch so machen können. Ich weiß nicht, was schöner aussieht. Ich bin da am Überlegen. Kann halt jeder machen, wie er gerne möchte, ne? Ich mache es jetzt wirklich gerade hin. Und dann schauen wir mal, wie das zum Schluss aussieht. Ich nehme dafür dieses Formtape wieder, was so ein bisschen erhöht ist, doppelseitig und mache dann jetzt meine Buchstaben da hinten schön mit voll. Und dann schauen wir uns zum Schluss mal das Ergebnis an. So, ich habe das Ganze nochmal ein bisschen ohne Kamera korrigiert, damit ich einigermaßen hier oben gleich bin. Das O ist ein bisschen kleiner als alle anderen Buchstaben, aber das kann, da kann ich ja nichts dafür. Das liegt an dem Memory Keepers Schneider, sage ich jetzt mal. Und ja, mir gefällt es richtig gut. Jetzt hat man die Möglichkeit, sich das aufzuhängen oder sich hinzustellen auf eine Kommode, in den Schrank oder sonst wo hin. Und natürlich kann man hier Sprüche nehmen, was man möchte. Hat man eine bunte Wohnstufe oder so im Flur, dann macht man natürlich das Ganze in bunt und nicht in schwarz-weiß. Und ich denke, das ist eine schöne Deko-Idee. So sehe ich das zumindest. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, inspiriert. Ihr könnt hier oben beim i gerne abstimmen, ob es euch gefällt oder nicht. Und wer es nachmacht, kann es gerne mit Hashtag 9999 Dinge auf Instagram, auf Facebook, überall, wo man Hashtag machen kann, verlinken. Und so finde ich euch, wenn ihr da was nachgemacht habt. So, meine Guten, dann wünsche ich euch sehr viel Spaß beim Kreativsein. Habt noch einen ganz, ganz tollen Tag. Und dann freue ich mich auf das nächste Video mit euch zusammen. Und wenn ihr wissen möchtet, wann ich etwas hochlade, dann schaut doch mal, ob ihr mich kostenlos abonniert habt und auch die Glocke aktiviert habt. Weil nur wenn die Glocke aktiviert ist, bekommt ihr eine Benachrichtigung, sobald ich etwas online gestellt habe. So, jetzt bin ich auch verschwunden. Einen super, super tollen Tag und bis bald, eure Katrin. Einen super, super tollen Tag und bis bald, eure Katrin.